Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem mega nicen Kanal. Heute ist der dritte Dezember und heute gehen auch wieder die nächsten Skins raus vom CSGO Adventskalender. Und zwar ist auch der erste Skin von euch dabei, von dem Abonnenten. Also heute gehen wieder drei Skins, also eigentlich vier Skins, aber eins ist ein Banner mit zwei Skins. Und zwar ist der, sag ich mal, der erste Gewinn, die abgesiegte Schrottflinte First D-Debatten FN. Die ist nämlich von dem lieben N-Tex3. Sein Steam-Profil werde ich dann in die Kommentare, also nicht in die Kommentare, aber die Videobeschreibung verlinken. Ist, wenn ich sag mal, zweiter Link, aber keine Ahnung, wo ich den noch hinpacken werde. Und dazu gibt es dann halt noch eine AK Elite Build. Das wäre dann mal sozusagen der erste Preis. Der zweite Preis, ähm, was habe ich gesagt? Ne, der zweite Preis für eine Farmer's Gin. Genau. Und der dritte Preis dann eine McTen Neon Rider. Aber bevor wir da jetzt die Gewinner ziehen, muss ich noch ein paar Sachen loswerden. Und zwar, ähm, für die Leute, die das jetzt noch immer nicht verstanden haben, wie das funktioniert und wie sie daran teilnehmen, beziehungsweise die Leute, die erst, es war es jetzt erst dazukommen, die durch dieses Video auf das CSGO, GWW von mir, aufmerksam wurden. Ich habe das Video, wie ihr daran teilnehmen könnt, beziehungsweise wo ihr dann die Kommentare drunter schreiben werdet, in der Videobeschreibung. Das ist gleich der erste Link. Weil gestern haben das ein paar Leute nicht gecheckt gehabt und die haben halt dann unter das gestrige Video kommentiert. Und ja, also für die Leute, die das gestern unter das Video kommentiert haben, GG an euch, aber ihr nehmt nichts teil, weil ihr habt unter dem falschen Video kommentiert. Das wollte ich euch jetzt nochmal sagen. Und dann haben mich noch ein paar Leute gefragt, weil die Kommentare von denen, was sie schreiben, nicht angezeigt werden unter dem Video, unter dem Teilnehmervideo. Und zwar ist es halt ganz einfach zu erklären. Wenn ihr viele Kommentare hintereinander postet unter dem Video, wird dann irgendwann von YouTube der Spam-Schutz aktiviert, also die wird halt auf euch aufmerksam und schaltet dann die ganzen Kommentare, was ihr dann noch schreibt, also schaltet es so, dass die dann in den Spam-Ordner kommen. Und die muss ich dann halt immer wieder sozusagen genehmigen, jedes einzelne Kommentar halt, damit die angezeigt werden, sodass halt YouTube weiß, dass das kein Spam ist. Aber das Problem ist, da kommen halt mehr Kommentare rein, als was ich freischalten kann. Und da wollte ich halt nur sagen, wenn ihr jetzt zum Beispiel immer mit verschiedenen Texten so postet, nicht immer denselben Text, sondern nur einfügen, posten, einfügen, posten, einfügen, posten, dann ist das halt die Chance geringer, dass der Spam-Schutz von YouTube auf euch aufmerksam werdet. Also wenn ihr da immer unterschiedliche Texte reinschreibt und dann halt jetzt nicht gleich, sag ich mal, 100 Kommentare am Stück raushaut, sondern jetzt mal 20 Kommentare postet und dann, wenn nicht, schaut ihr halt euch mal ein Video von mir an, ein anderes und dann schreibt halt die restlichen Kommentare halt, immer so weiter, dass ihr da nicht instant gleich in den Spam-Schutz, also dass der Spam-Schutz von YouTube nicht dienst dann gleich auf euch aufmerksam wird. So, ich hab die Kommentare wieder vorbereitet, dass ihr das vorhin reinladet, weil jetzt, heute sind es knapp 2900 Kommentare und das dauert dann wieder um etwas länger. Gut, erster Preis war die abgesiegte Schrotflinte, First Didi-Pad und die AK-Elite-Bild. Die bekommt jetzt der Drama-LP. Muss ich kurz schauen, ob der gestern dabei war. Nö. Genau, die vom 1. Dezember, die sind ja heute wieder dabei, das wollte ich vorhin auch noch sagen. Und die von gestern setzen ja heute in den einen Tag aus. Aber ich werde mir das gleich... oder so. Ähm... Genau, Drama-LP ist der erste Gewinner, gewinnt die aufgesiegte Schrotflinte und die AK. Der zweite Preis war dann die 5-7-Gin. Die EWI kommt der Ultra-Mega-HD. Klicken wir uns schon dich. Machen wir das auch so. Und der dritte Preis war dann die... Mag-10-Neuro-Railer. Dass ich mir das noch merke. Der dritte Preis geht dann an... It's Showed-02. Der... Genau, das war ein Gewinner sogar vom 1. Dezember. Der hat gestern ausgesetzt und ist somit heute auch wieder dabei. Dann sage ich jetzt gleich mal Glückwunsch an euch. Drei Leuten. Ihr seid die Gewinner von heute, 3. Dezember. Ihr drei werdet halt dann morgen wieder aussitzen, seid dann erst übernächsten. Also am 4... was? 5. Dezember dabei. Am Montag ist das genau. So, ähm... Ich hoffe... Ihr habt das dann auch verstanden. Dass ihr halt... Ne... Wenn ihr daran teilnehmen wollt, nicht unter diesem Video kommentiert, sondern unter dem Teilnehmer-Video. Wie gesagt, es ist erster Link in der Videobeschreibung. Ansonsten lasst mir ein Like da, kommentiert und... Ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex. 2. 5. 5. 6. 8. 7.